Public Events, Church Life, zwei geniale Bereiche, beide bereits vorgestellt in den letzten zwei Tagen und heute kommt Bereich Nummer 3. Bereich Nummer 3 ist iStudy. Basti Wohlraub wird euch erklären, was hat sich in diesem Bereich getan, dieser neue Bereich, warum machen wir ihn, welche Zielausrichtung haben wir und was hat das mit dir zu tun? Mein Name ist Basti Wohlraub und ich bin Leiter des iStudy-Bereichs im ICF München. iStudy ist der Name für den Traum, dass jeder Mensch Gott erleben kann und zwar auf individuelle und faszinierende Weise, weil ich glaube, dass Gott so komplex ist, dass es so viele unzählige Perspektiven auf ihn gibt, dass es sich lohnt auf Entdeckungsreise zu gehen und sich jedes Mal neu von ihm faszinieren zu lassen. Vielleicht machst du das in einem Seminar, vielleicht gehst du in ein Seminar, wo du dich mit dir selbst, mit diesem faszinierenden Buch oder mit Gott beschäftigen kannst und gleich praktisch werden kannst. iStudy ist immer auf der Suche nach neuen Formaten, dass du und ich Gott neu erleben können. Deswegen wird es Filme geben, es wird DVDs geben, neue Online-Inhalte, wo du zu Hause oder egal wo du bist, auf Entdeckungsreise gehen kannst und Gott auf eine neue Weise sehen kannst. Mein Wunsch ist, dass wir tiefer in eine Beziehung mit Gott kommen, weil es das größte Abenteuer ist, was man erleben kann. Und mein Wunsch ist, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, das zu tun. In diesem Sinne, iStudy, get deeper. iStudy ist ein sehr faszinierender Bereich. Die alten Hase im iStudy wissen natürlich, dadurch hat sich einiges verändert und deswegen möchte Basti nochmal fragen. Basti, was hat sich denn dadurch verändert? Okay, wir haben tatsächlich alle Seminare in einem Bereich zusammengefasst, sodass das Know-how gebündelt ist, dass wir sagen können, aha, der eine Inhalt ist in einem Teil. Weiter. Ich habe kurz zu, weiter. Ja, genau. Das ist ganz schön schwer, wenn man mich dabei anguckt. Ja, genau. Was noch? Genau, also wir haben jetzt alle Bereiche, alle Seminare in einem Bereich zusammengefasst und haben geschaut, dass wir die Inhalte auf die Seminare aufteilen, sodass man genau weiß, ich gehe jetzt online mit Gott und weiß, okay, da kann ich mit Gott kommunizieren, dann lerne ich das auch. Und wir haben versucht herauszufinden, was ist tatsächlich eine Seminardidaktik für das Jahr 2010 und weiter hinaus. Und wir können jetzt mit allen Seminarteilnehmern die Zukunft planen und sagen, was für Inhalte können wir tatsächlich so bauen, dass wir für die Zukunft gewappnet seid und dass die Leute reinkommen und sagen, wow, so habe ich es noch nie erlebt und jetzt können wir durchstarten. Was mich besonders fasziniert an diesem Bereich ist einfach zu sagen, egal wo du bist auf deiner Reise mit Gott, wie Sebastian auch gesagt hat, du kriegst Angebote vom iStudy-Bereich, deswegen mach mit, arbeite mit oder faszinier dich neu für Gott.